Let's get this party started! Freakajam! Alright, we got a victim. Spit it out, nerd! The Mac is called Momoko. Pilot Adaga. See what info you have on them. Momoko? You think I'm your personal research device? Is that it? We should scrap this robot for parts. Not joking. And I know a place where old dogs go to die. Must be your family's gathering place. I didn't get pee! Whatever, looking for Momoko, Fafako, Babako. Here it is! Just, what the P is this thing? This one is a fast hitter, so we should be careful about its area attacks. Also, watch out for when it's charging something. There's gonna be a big blow on the way. Momoko's cockpit is located in its chin, so that's where we're aiming for. Ha! Weird. I don't know about these Mekas. They're often used for mining labor. Mining labor? Yeah! They work like a beehive. Every Momoko unit has its function for digging, carrying rocks and building stuff. I've never seen a Momoko fight though. So you did follow my advice. It's gonna be an easy ride, kiddo. Not necessarily. She's ranked 283. Nur 7 Plätze weiter oben? Wow! 7 ranks! Way to go! Would that really be okay? We shouldn't go for less than that. It's okay, dude. Doesn't matter who it is. I'll give it all I got. Way to go, my child! I thought I was your father. Ain't that right? Piep! Do you hear the sweet sound of censorship? You don't deserve... Piep! Oh, auch interessant, dass im Deutschen steht du verdienst sein und im Englischen you don't deserve. Alright. A paar Probleme mit der Lokalisierung in Deutschland. Gruselig. Gruselig. We did it. That's all. No going back. No looking behind. We had them. We cashed in and out. Gone and done. That's the beauty of it. They never knew what hit them. The maids. The ostriches. Front door. Back door. The tip of the iceberg. Well, I told you I was going to throw a hell of a party. We did just that. I was going to throw a hell of a party. You slept in late, huh? Morning, sunshine. I cut you some slack since you seem to be doing a good job. Don't get used to it. No problem. Ich werde mich schon nicht daran gewöhnen. Sind wir eigentlich vollständig repariert? Yup. Na du? A dag is part of the Lamina tribe. They're ancient natives from the U.S.S.A. deserts. Tough people. You guys better watch out. Get klar. The U.S.S.A. What's up, dude? I'm having so much fun these days. I just wish GW was still around. You know, get the crew back together. Good old times. It's like... There's a hole in the air now. Right where he used to be. Such a weird feeling. The L.T.W. is watching from the heavens? Seeing how far we've come with his mech? Nah. He's probably partying in hell. I wonder why that old P-Dog doesn't like P-Poo. I'm always trying my best to please the ones around me. Yeah, genau. I get very lonely sometimes. Oh. Loneliness can be a scary thing. Okay. Say something P-Nerd! Come here. Come here. Player ung September. Is that a long, maybe? I see. No. Angriff plus 5, aber ist... Nee. Das ist zu schwach. Duke, was sagst du denn? Mamako, eh? Du kannst nicht diesen schrecklichen Namen ernst nehmen. Ach Gottchen. Ich habe nur ein Gefühl, dass wir es überraschen werden. Lieber mal den Satz beenden. Oh, jetzt ist... Mangos hier. Das ist der Mangos. Der Welt ist auf dem Mangos. Der Mangos fliegt auf dem Bach. Ich gebe ihm einfach mal... an jeder... Location, wo er ist. Einen Fünfer... und einen Zehner. Nice. So, hier. Das ist der Welt, der Mangos... der Mangos fliegt auf dem Bach. Du kriegst einen Zehner. Den gucken wir jetzt aber noch mal an. Allein... Allein wie die Gunster... am Kopf. Äh, nee. Hell ja. Er ist schon ein geiler Charakter. Auch wenn er... höchstwahrscheinlich völlig unnötig ist. Kann ich bei dir noch arbeiten oder... Schade. Habe ich die... die Questreihe vergeigt mit... dem... den Schrein von CC? Oder kommt das einfach irgendwann nochmal? Das wäre so schade, wenn ich das vergeigt hätte. Ich will wissen, was da los ist. So. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage... Es ist ein komplett neuer Tag. Habt ihr wieder gar nichts... und das Restock nur, wenn ich irgendwas brauche? Das wäre ein bisschen schade. Oh, du... mach dir so... Tatsache. Ha! Ha, ha, ha. Wir werden auch mal überlegen... zwischen den Folgen demnächst mal... bei Hawk zu arbeiten. Einfach nur, um... noch ein paar Anderes auszugraben. Ich will nämlich wissen... was da... die Leute doch alles sagen. Mit Katzenwäsche. Du bist wirklich ein Katzmann... wie Killahann sagt. Es scheint, meine Kinder... haben dir einen lieben. Sag... warum machen wir einen Deal? Warum geben wir meine Kinder... ein gutes Wettbewerb... um deine Katzenwäsche zu machen. Äh... Ich könnte es versuchen. Okay... Okay... Ja... Ja... Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, all the way to Zulu. Mein Freund hat sie so genannt. Er hat nicht in der Militär oder so teilgenommen. Es war nur einer seiner Katalogs von Exzentrizität. Ich verstehe. Nun, wenn du da bist, geht's ins Business. Ich muss einfach wieder mit dir quatschen. Möchtest du wirklich arbeiten? Blubbert schon. Okay. Sie braucht Hilfe bei der Katzenwäsche. Schnapp dir ihre Katzen und verpasse ihnen einen Bart. Je schneller du bist, desto mehr Punkte und Preise erhältst du. Aber verwock es nicht, die Sache könnte böse enden. Wenn Shade keine TP mehr hat, ist alles vorbei. Viel Spaß. Okay. Das wäre auf der Tastatur für mich einfacher. Tastatur ist wirklich easy. Okay, wir haben immerhin elf Katzen gebadet. Das... Oh, scheiße. Moment. Lass mal mit der Tastatur probieren. Lass mal, dass die linke Hand ist. Welche Tasta haben wir denn da? Das ist nicht... Das ist nicht die Tastatur, die ich hier hab. What the hell? Wieso werden wir denn da die Controller-Sachen angezeigt? Sheesh. Okay. Dann gehen wir halt mit dem Controller hin und... Wir werden das mit der Tast... Mit dem Controller machen. Machen wir auch noch hier mit zwei Händen an der Tastatur. Das ist auch nicht so viel schneller. Naja. Die Musik ist auch... Nicht hilfreich. Ah. Baba. War die noch drin? Die war nicht drin. Okay. Bei ihr kriegt man echt wenig Kohle. Bei ihr kriegt man echt wenig Kohle. Da sind wir bei... Beim... Beim... Old Hawk... Hawk Boy... H... 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 Neues. Sagt auch nix. Was hat sie mit den ganzen Gestalten auf sich? Neue Infos. Okay. Du hast es verstanden. Wie wird es sein? Jetzt warte ich. Der Tanzflug ist nur aufgelöst. Diese Moonshine sieht auch aus wie die Besitzerin oder ja, die zweite Lady von Rambler und Gambler. Ist Moonshine Rambler und Gambler und die von Wilhelmina Queen eine dieselbe Person? Zudem ist es bereit, dass es heißen wird. Tänzfülle. Was hast du mit dem? Schau, alter Mann. Dieser Ort wird bald mit Bounty Hunters und Merkern geschenkt. Wir sind auf der richtigen Weg. Wir können nicht ein Bewegung jetzt machen. Wir haben uns ein Augenblick. Oh, ich verstehe. Wir müssen uns warten, um jemanden zu schießen. Dann können wir uns ein paar Bewegungen zeigen. Jetzt hast du das Gefühl. Okay, okay, okay. Hast du auch was Neues für... Ähm... Nix Neues, aber ich geh jetzt auch mal zu... Wir müssen nicht zu Rambler und Gamble, die hatten ja nix. Das heißt, wir werden die andere Dame auch nicht sehen. Dann... Ne... Wir graben nicht. No grabbing. Und dieses Geräusch ist auch seltsam im Hintergrund. Warum ist das? Tag zu Ende Feierabend. Okay, Leute. Das ist es für heute. Tomorrow ist ein anderer. Bleibt das jetzt so? Oh, nee. Ich glaube, ich muss mal speichern und neu laden jetzt gleich. Oh! Was? Er war eine Schlange, du kennst. Wir waren es zusammen. All of us. Ich werde niemals glauben, einen Mann wieder. Wie ich mit meinen Beinen habe. Wir waren Blut und Blut. Same goal, same boat. Ich habe nichts zu verlieren. Nichts zu verlieren. Die all-de-de-de-matter-fuckers-Society. Aber Wolf... Er war Angst. Der Klub der Toten Wichser. Ich werde dir das erzählen. Ich werde ihn nie vergessen. Wenn ich die Folge so nenne, kriege ich doch bestimmt Ärger, oder? Lustig wär's. Okay, gibt's neue Aufgaben? Du machst das ein Habit, oder? Nächste Mal werde ich nicht so verstanden sein. Schnellen, Kat-Man. Geh deine Scheiße zusammen. Hä? Warum? Was los? Wir müssen heute Morgen fighten. Ein einfaches, für alles, was ich weiß. Aber du solltest auch nicht schlafen. Jetzt. Wo in der Hölle habe ich diesen verdammten Wrensch? Auf deinen Pee! Wurde! 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 Hey, das ist sehr, 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 sehr schwierig! Ich denke, wir müssen einen anderen Weg finden. Wurde! Wurde! Ich weiß nicht, ich mache mir das gut hier. Sorry, Dude. Hmm. Hmm. I guess we could use some references. Like videos of fights and stuff? We're already doing that. Maybe you need something different then. Another kind of inspiration. Hmm. Aww. Oh! I got it! Shade and I used to watch a lot of old ass kung fu movies together. Maybe you're being too obvious. We could drink from other fountains, you know. Ah! That's good! But last time I tried downloading a movie, it came with a Trojan army! Haha! Oh, I know! I think I saw a video rental shop somewhere. Maybe Shade could... Oh! This gracious little lady might be a genius! All right! Grab us some movies, nerd! Yay! Movie night! Movie night! Movie night! liviscah! Is our goodsex mess of love, dude. Time goes bad out. I just wanted to stick around a bit longer. Isnt and you going to say something? Sure. Wir haben einen Ananas, komm! Hier! Einen Ananas, cool! Ja. Viel Spaß mit der Ananas. Ich bin alle hier an etwas, was ihr euch kookt. Das Problem behebt. Ich hoffe es. Ja, wird auf jeden Fall nichts mehr geblättert, gezählt, wie auch immer. Oh, du machst dich zu Hause. Oh, du machst dich zu Hause. Okay. Auf zum Midnight Rider. Da fahrt auch irgendwo ein Shop mit. Ist so gedöhnt, oder? Ja, das könnte der Ort sein, von dem Nepp gesprochen hat. Alle Filme im Angebot. Scheint bei denen nicht so zu laufen. Sie gehen uns mal um. Nepp freut sich schon wie Bolle auf den Filmabend. Sanchiro Sugata. Ein Klassiker. Kostet auch nur einen Real Dollar. Leihe einen Film aus. Willkommen bei VHS. Alle Tagesabkommen abgeschlossen. Ah, ich könnte natürlich jetzt wieder einfach zurückgehen, aber... Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Aber sie will auch nur eine Ananas. Mann! Das sind scheinbar alles Kopfgeldjäger. Die alle von Lullaby gehört haben. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Ananas-Gott. Und schaue mal die Info an. Wie weit wir eigentlich mit Joy sind. Hallo! Stufe 5. Das heißt, sie braucht noch 5 weitere Ananas für die nächste Stufe. Alright. Okay. So funktioniert das. Ah. Moment. Es geht bis Stufe 21 hoch. Haben wir gesehen, oder? Nee halt. Stufe 7. Und 21 Ananas brauchst du dafür. So rum. Holy fuck. Da muss dann aber ordentlich was an Belohnung geben. Ja nee, dann gehen wir gleich zurück zum Hangar. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch bei sie irgendwas machen können, oder so. Hi, guck mal. Ich habe Filme. Oh, okay. Die Zeit geht so schnell. Ich denke, wir werden sehen. Oh, sicher. Okay. Zu wen muss ich den Film bringen? Film ansehen. Mm-hmm. Ah, das haben wir ausgeliehen. Das haben wir aber... ... irgendwo als Belohnung gekriegt. Wow, das war großartig, Mann. Scheiße, Kat-Man. Was ein Scheiße. Und wie mache ich das rein? Oh. Vielleicht muss ich da den richtigen Film angucken, den wir ansehen sollten. Vielleicht wird uns das dann erklärt. Wow, das ist was ich spreche, Herr Ney. Oh, ich verstehe es, ich verstehe es. Das ist großartig, Mann. Ach Gott, schön. Dieser Mann weiß sicher, wie seine Füste benutzen. Habe ein Blick auf diese Stange, Dungie. Das ist ein properer Bruder. Wow, das war großartig, Mann. Scheiße, Kat-Man. Was ein Scheiße. Aber genau das gleiche. Knife hat Boxerhaltungen gelernt. Kriegen wir noch eine Erklärung dazu? Ah, Knife lernt neue Haltungen, indem er Filme guckt. Du solltest also unbedingt hin und wieder in Pipos Menü vorbeischauen. Haltungen können in Pausen unter Pilot ausgerüstet werden. Ach, da oben. Du kannst eine Erhaltung ausrüsten, indem du sie aus der Liste der verblühtbaren Haltungen auswählst. Dies wirkt sich auf deinen nächsten Angriff aus, wenn die Moralanzeige gefüllt ist. Indem du diese Ziele abschließt, steigt die Moral an. Hole unbedingt das Beste aus deinen Haltungen, Fähigkeiten mit deiner Ausrüstung heraus. Plus 30. Warte mal. Boxer gehen mit ihren Gegnern gerne auf Tuchfüllung. Sie wollen ihren Schweiß riechen und nach ihren Familien fragen. Manchmal wird es auch komisch. Nach dem Motto, Dude, ist das meine Zahnbürste? Plus 10 Moralangriff. Mag 10% Gegner angreifen. Sehr. Schaden aus kurzer Entfernung verursachen. Was haben wir hier? Schütze. Es ist nicht so, dass ich Leute nicht mag. Ich habe sie nur am liebsten, wenn sie weit weg sind und ich nicht höre, wie sie atmen. Plus 30 Moralangriff. Mag Schaden aus großer Entfernung verursachen. Mehr als 100 Schaden verursachen. Liebt mehr als 150 Schaden verursachen. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ich... Nehmen wir jetzt erstmal den Schützen rein. So, dann haben wir gesagt... Können wir bei ihm viel mehr kaufen? Nicht, ne? Nicht wirklich. Wir müssen morgen ein Kampf kämpfen. Ein einfaches, für alles, was ich weiß. Jetzt! Okay, genau das gleiche wie vorher. Ich schaue jetzt nochmal kurz beim Videoverleih vorbei. Ob wir vielleicht sogar noch einen Film ausleihen können. Ich bezweifle, dass ich zwar so kurz nacheinander... Aber du kannst ja nie wissen. Du kannst ja nie wissen. Okay, ne. Ich will gerade kein... Kein, ähm... Icon mehr. Gut. Dann eben nicht. Bei sie gucken wir auch nochmal ganz kurz vorbei. Weil ich hab keinen Bock mehr Katzen zu waschen. Ich dachte eigentlich, ich... Läuft eigentlich relativ gut, ne? Mit elf Katzen oder so. Aber nope. Wir verkaufen... Ein bisschen was. Oh, wait. Ne, halt die Heavy Head Platte war... War irgendwas anderes, ne? Lassen wir kurz... Lassen wir kurz gucken. Ah ja, das war hier drin. Okay. Ne, ne, passt. Ich hab kurz Angst gehabt, dass ich irgendwas nützliches für den Kopf verkauft hab. Passt aber. Und ich glaub, das Timing ist halbwegs okay. Ich werd jetzt mal Richtung Schrottplatz gehen. Und ein bisschen buddeln. Zwischen den Folgen. Ich brauch mehr Ananas. Ich hab keine Ahnung, wo ich die... Relativ... Häufig herbekommen werde. Aber ich würde die Beziehungen schon gerne... Maximieren. Von allen. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht entscheiden muss oder nicht. Aber... Ich geh auf die Schrottjagd. Ich wünsch euch was. Wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.